Ja, ich begrüße euch zum nächsten Trader. Da steht jetzt noch der 21.05.2024. Ja, kann das immer nicht, geht es komplett immer wieder auf den aktuellsten Stand bringen, macht aber nichts. Ja, die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft steht im Viertelfinale. Das ist ja schon mal richtig cool, was allerdings natürlich auch kein Wunder ist, bei diesen geilen Trikots, bei diesem geilen Spirit und bei diesem Nicht-Geschwuchtel drücke ich alle Daumen und das Viertelfinale werde ich mir anschauen. Auf jeden Fall, so Gott will. Ja, und dann hier nochmal, jetzt soll der Klimawandel auch noch schuld sein, an plötzlich und unerwartet. Ja, ein Treppenwitz und exakt mein Humor könnt ihr dann wieder gerne schauen bei VK, Bitshoot, Odyssee, getrailert bei Rumble und dreimal YouTube. Wenn es interessiert, vielleicht bis gleich. Tschüss.